Guten Abend miteinander. Fruchtsäfte bei GOP sind gesunde und preisgünstige Durchlöscher. Und das ist eine fruchtig-frische Neuheit. Karibik-Nektar aus Orangen, Ananas, Gräbfrühe, Mandarinen und Limonen. Der neue Karibik-Nektar in dieser praktischen Packung ist fruchtiger, weil er mehr Früchte hat. Also, Gesundheit miteinander. Und zum täglichen Wohlbefinden gehört natürlich auch immer frische Wäsche, pflegt mit dem richtigen Spezialwäschmittel. Der Gewebeverrädler Quanto, das Feinwäschmittel Express Liquid, Calgon gegen Kalk in der Wäsche und in der Maschine, der Vorwäschspray Esvacol, Enka, entpfleckt und desinfiziert schonend und Esama, wascht und pflegt die Vorhänge. So, und jetzt kommen noch die GOP-Aktionen. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei GOP 1 kg Sushar Express statt 8.10 Fr. nur 6,95. 1 kg Banago statt 8.20 Fr. nur 6,95. Fertig-Creme, Chocolat oder Wani, 1 Becher an 500 g statt 1,35 Fr. nur 1,10. 6 verschiedene Sorten Aufschnitte, 100 g nur 95 Rappen. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag 5 kg Vollwäschmittel Teddy-Mat statt 12,50 g nur 9,90. 4 l Gewebeverrädler Teddy-Doos statt 5,50 g nur 4,50. Regina-Trube per Kilo nur 1,50. Auf Wiedersehen, bis am nächsten Mittwoch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020